Und beim nächsten Mal würde ich dann aber sagen, starten wir aber auch am Tag. Hm. Ja, du kannst ja, du wolltest, ähm, Thomas, du wolltest, glaube ich, auf den Stream nochmal hinweisen. Äh, ja stimmt, wir machen, wann, wann wollten wir jetzt mal? Am Sonntag, ne? Ja, am Sonntag, ja, am Sonntag. Ich weiß gerade nicht, welches Start-up ist, ich glaube, der neun Sonntag. Sonntag ist der, neun, äh, 20. Januar. 20. Januar, genau. Also am 20. ab, ich sag mal, 16 Uhr Livestream auf Twitch, äh, Punkt. Ne, Quatsch nicht, 16 Uhr, da bin ich noch bei der Arbeit. Ja, macht ja nichts. Kann ja trotzdem schon um 16 Uhr anfangen. Äh, wo seid ihr gerade? Ich hab euch verloren. Ähm. Ach da. Ja, direkt vor dir. Also wie gesagt, Sonntag ab 16 Uhr circa ungefähr auf, äh, Twitch.dv backslash.adven. Genau, der Link steht in der Beschreibung. Das wird, das wird noch, äh, alles erwähnt, das machen wir noch extra Video zu. Genau. Und, äh, da könnt ihr dann, wenn ihr wollt, könnt ihr eine Runde mitzocken mit uns. Ähm. Gerne mal zusammen durch die Gegend laufen. Ja. Es ist einfach zu dunkel. Und vielleicht, vielleicht fällt ja auch von den einen oder anderen was ab, waffentechnisch. Hm. Waffen sind eigentlich immer ganz gut. Seid ihr hier den Berg hochgelaufen? Ja. Siehst du's? Ich seh grad wieder keinen von euch. Ach, da seh ich wen. Äh, tralalalalala. Nicht da lang, da so ein Berger. Da sollte ich dem nicht lang gehen. Wir müssen uns eh ein bisschen weiter rechts halten. Wir sind nämlich schon fast falsch gelaufen. Wir sind nämlich schon fast im Camp Splinter. Da sollten wir nachts am besten nicht reingehen. Nacht, da sind nämlich sehr viele Zombies, die auch gerne mal rumliegen. Und da kann man am besten tags rein. Ja, oder man hat ne halbwegs hernäufige Grafikkarte, so wie Mildersatz, dann sieht man die auch nachts. Seht ihr mich gerade? Nö. Ich töd ich euch auch nicht. Alter. Schaffst du das nicht, fünf Meter mal dran zu bleiben? Ja, anscheinend nicht. Wo bist du denn? Ich lauf gerade den Berg runter. Welchen Berg läufst du rum? Warum läufst du denn den Berg runter? Wir haben gerade gesagt Nächterland. Ich bin rechts an den Berg runter. Noch mal bitte Richtung Straße, nicht Richtung Brücke. Richtung Straße, alles klar. Treffen wir uns vorne an der Kreuzung? Ja. Wo das rechts abgeht zur Hill Ranch? Ja. Ja. Da kann er vielleicht noch den Tunnel kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob du den schon in allen von deinen Freunden hattest. Ne, aber ich würde sagen, das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Okay. Also wenn du dann Lust hast, dann kannst du auf das mit dabei sein. Ja, klar, warum nicht? Machen wir nur noch bis halb. Also das sind noch knapp zehn Minuten. Ja. Schaltet doch in der nächsten Folge wieder mal ein, wenn es heißt, wird er den ominösen Tunnel finden? Was wird in dem Tunnel liegen? Und vor allen Dingen sind wir alleine. Ich glaube nicht, dass wir alleine sind. Ja, am besten war ja, ähm, wo da einer von Zombies gefressen wurde, er hat mal eine Ladung Waffen gefallen lassen hat, ne? Oh, die. Hm. Ja, ja, wir hatten schon so teilweise richtig lustige Dinge. Zum Beispiel hat auch, äh, Andy mal einfach, äh, durch die Stadt gesprintet, weil er da einen Spieler gesehen hat, ist dann in den Supermarkt rein, wo der Typ ist. Der hat geschrieben Friendly. Ja, der hat sich ziemlich aufgeregt. Aber ich hab ihn auch, muss man sagen, also einmal über den ganzen Parkplatz vor dem Supermarkt im Parkaweer gehackt, dann auch einmal komplett durch den Supermarkt durch und dann wieder raus auf den Parkplatz, wo er dann letztendlich gestorben ist, weil einfach zu viele Zombies an und dran waren. So. Ich hab's gerade noch geschafft, ihn last zu hitten und, äh, bin dann leider auch in den Zombies gestorben, aber es war sehr witzig, die Aktion. So, ich bin jetzt bei der, äh, Dings, bei der, äh, bei der Kreuzung. Leg dich bitte hin. Ja, siehst du mich? Nee, dich meine ich nicht. Also, nee. Äh, ja, komm, komm mal rüber, äh, über die Straße, dass du quasi den Schotterweg hoch gehst, Richtung Green Ranch. Den Schotterweg hoch. Ja, jetzt Kruger. Ja, wo bist du denn? Nee, ich lauf hier grad den Weg hoch, Richtung Hill Ranch. Nö, nö. Wo laufst du bitte? Oder ist ganz woanders. Wir sind's genau dem, der Schotterweg, da musst du auch irgendwo hier rum. Hä, ich bin grad unten bei der Kreuzung bei Hill Ranch. Ich hab keine Ahnung, an welcher Kreuzung du bist, aber. Hier war ich Hill Ranch, bist du nicht? Warte, ich lauf mal weiter. Ich such dich mal. Siehst du das Wasser noch? Den sehen? Äh, da bist du. Seh dich. Wann? Hier. Hier, andere Straßenseite. Ach, da drüben, alles klar. Ja, dann sag doch nicht, du bist schon an der Kreuzung, wenn du 500 Kilometer weg bist. Nee, ich mein, du, ich dachte, du meinst die Kreuzung, die Kreuzung da vorne. Nö. Ich hab gesagt, da wo die Kreuzung ist, wo es reingeht, Richtung Hill Ranch. Okay. So, wollen wir fünf Minuten? Wo wollen wir noch hin? Oder wollen wir... Ja, ich würde sagen, wir können ja hier mal... Hä? Richtung, Richtung Hill Ranch schon mal laufen, dann locken wir da aus und haben wir das nächste Mal gleich den Tunnel dabei. Genau, genau. Aber da würde ich dann wirklich auch ja nur am Tage reingehen, weil sonst ist es wirklich gar nicht a, wie viele Zombies da sind und b, ob da noch sich noch andere Spieler befinden. Richtig. Weil das ist auch immer ein sehr beliebter Platz zum Looten. Serverhopper sind da ganz gerne auch. Ja. Da wo viel gelootet werden kann, sind immer Serverhopper. Ja. Wo seid ihr hin? Ich hab jetzt ein Auge von euch, ich muss was fressen. Einfach weiter geradeaus, da, ich seh dich. Oh. Hier. Reicht's links? Einfach weiter geradeaus, da. Achso. Ist immer wieder blind wie sonst was. Ich glaube, ich nenne die Folge wirklich blinde Kuh oder so. Blinde Kuh, ja. Ich seh euch beide jetzt zum Beispiel noch nicht mehr. Also wir laufen gerade neben der Schatterstraße. Warum lauft ihr nicht hoch zum Berg? Links oder rechts? Rechts hoch zum Berg. Okay. Ja, vorhin hatten wir auch noch eine ganz, äh, komische Aktion. Ne? Ich seh halt nur Cold Anaconda und ich vergehe nicht dran gedacht, dass man die hat. Dann läuft er da, ähm, ohne Waffe, ne, zum Beispiel mit dem Knüppel, ähm, auf dem Typ zu und denkt gar nicht dran, dass er eine Cold Anaconda noch in der Metall hat. Ja, leider. So, jetzt hier von euch, da wo, wo jetzt der mit dem weißen Hemd oder ohne Eimer, guck mal gerade hoch auf dem Berg. Lämmel nicht. Siehst du mich? Hm, gerade nicht. Sie, liegst du neben dem Baum? Hm, hm. Ach, da, da oben, ja. Ich seh dich. Kommen wir einfach so den Berg hoch? Ja. Ähm, ihr lockt jetzt eh aus, oder? Ja, wir kommen hoch zu dir und dann langen wir aus. Bleib mal ganz kurz stehen, ähm, Thomas. Ne, André, immer nicht. André, geh mal nochmal zwei Schritte zurück, ich will mal irgendwas testen, bitte. Alter, wenn du auf mich schießt, ne? Geh mal ein, zwei Schritte zurück, nur bitte. Okay, bleib mal stehen. Du willst auch mich schießen? Ich will's nur einmal testen, ob ich dich überhaupt treffen würde aus seinem Fernsehen. Mach mal bitte. Ich schieße nur einen Schuss. Ja, du musst mich heilen. Ja, und? Christoph, von mir das soll ich? Mach mal bitte, ich will mal gucken, wie bald die Reichweite ist von dem Ding. Ach. Jetzt stehst du genau unter so einer Palme. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Du hast getroffen. Wie viel hab ich dir abgezogen? Oh, Schulter. Okay. Gut. Äh, kommst du hoch, André? Ja, erstmal badaschen, ja, Junge. Was denn für badaschen? 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 So, bist du wieder voll? Ja. Gut. Äh, dann... Ich würde sagen, wir gehen hier noch hoch zum Baum, unterloggen, unterloggen. Ich hab hier grad'n geilen Bug. Ich hab' die Kruger, aber im Instrumental-Ding hab' ich die Kruger und dein Hintergrund ist noch so, äh, Antibiotika. Achso, das hatte ich gegessen auch, ja. Ich dachte, du hast wieder irgendwelche Lichter gesehen. Vor allem, wenn ich das wegziehe und wieder hinpacke, ist es immer noch da. Jetzt ist es weg. Ähm. Äh, ich komm' hier nicht hoch, was ist das denn? So. Ich lock mich hier aus. Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Äh, ja, kein Problem, jetzt halt gerne. So, und, äh, das war's dann von dieser, diesen Folgen jetzt. Äh, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dran denken, nächsten... Sonntag? Sonntag, ne? Sorry. Sonntag, den 20. Genau, Sonntag, den 20. Ab 16 Uhr ungefähr, äh, auf twitch.tv.de, ich hab' keine Ahnung. Twitch.tv, genau. Genau, äh, der Link steht in der Beschreibung oder wird hier irgendwo nochmal ein Video angezeigt. Genau. Sonst noch irgendwelche Abschlussworte? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren schön. Immer wieder auf Vollobjekt. Klar. Damit die Jungs hier mal ein bisschen vorankommen. Ja, hoffentlich. Na gut, äh, dann danke dir nochmal und, äh, danke André. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ja.